willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir torsten ja ich habe irgendwie aufgegeben diese diese tagesdinger da zu machen denn es hat mich unheimlich abgenervt muss ich sagen dass ich das mit torsten schon dass ich das mit torsten also mit dem account von torsten nicht geschafft habe 98 prozent bin ich hängen geblieben beim ich weiß gar nicht zwanzigsten versuch oder so mit avatar habe ich das komischerweise sofort geschafft ihr nicht ganz sofort hat auch zwei drei anläufe gebraucht aber ich hab's gepackt und das neueste das ist ja noch nicht mal das neueste sondern dass da oben ist das neueste sein ich bin jetzt ein bisschen hinterher weil es war am wochenende auch wirklich unheimlich viel clan statt es war liga ich bin mit einer kommt mehr als geplant beim klaren free to play mit dabei und normalen tag haben wir ja auch noch und mein urlaub ist auch vorbei aber nichtsdestotrotz gab es zum wochen anfang letzte woche und ich versuche euch das mal da oben da oben so ein bisschen so ein bisschen mit 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 rein zu blenden oder mit zu dokumentieren denn wie ihr euch vielleicht erinnern könnt ja ich glaube es war sogar am ersten oder am zweiten tag ich muss mal gerade gucken welche runde das war welche runde das noch mal war er nein das war gleich am ersten tag das war gleich am ersten tag und zwar ganz ganz also da gab es irgendwie ich weiß nicht was da los war ich habe auch ein bisschen um gefragt gab es ein problem bei clash of clans oder so denn ihr könnt euch sicherlich daran erinnern als wir hier was live gemacht haben beziehungsweise ich habe ja einen angriff gemacht der hier dann nicht auftauchte in den kriegsereignissen lassen und zwar kann ich euch das zeigen gab es ja auf den lord arek hier den zwei sterne ich glaube den haben wir noch gerade so gesehen gehabt in dem video und danach habe ich eigentlich angegriffen also bei mir ist dann der zweite stern rausgeholt worden und eigentlich hatte ich dann in dieser range angegriffen das war einfach nicht das war einfach nicht da ich musste noch mal angreifen und ihr seht das hier noch fünf stunden 20 weil in dem video glaube ich sieht man auch die uhrzeit dessen wann ich eigentlich vermeintlich angegriffen habe aber ich habe nicht angegriffen ich musste tatsächlich den gegner noch mal angreifen mit exakt der gleichen strategie dass alt das da bin das klickt das ist ja dass das kommt noch dazu das ist ja das witzige mit exakt dem gleichen truppen setzen also ihr seht eigentlich diesen angriff jetzt schon zum zweiten mal ich mache immer ein bisschen schneller weil ich will ja auch ein bisschen was mit euch schaffen aber irgendwie habe ich gedacht was ist denn jetzt los komme ins spiel rein mit ich glaube mit dem torsten account und gucke so in die kriegsereignisse und denke aber da hat doch eben drei sterne holt hat er nicht zählte nicht keine ahnung ich habe ich keine ahnung jetzt habe ich das auch schon mal passiert ich wollte es eigentlich noch für die letzte woche festgenommen festgenommen haben ja festgehalten haben allerdings hatte ich wieder enorme mikro probleme deswegen bin ich den nicht wirklich auf die schliche gekommen aber ich glaube ich bin den jetzt auf die schliche gekommen und deswegen kann er wieder ein bisschen aufnehmen also exakt exakt wirklich fast exakt den gleichen angriff zweimal gemacht hier und ich meine mit zweimal dem gleichen ergebnis ja war ja auch ein dip waren rathaus zwölfer aber dennoch hat der erste versuch irgendwie nicht gezählt ich habe erst gedacht vielleicht war eine wartung oder der angriff war nur temporär gespielt oder ich habe es nur geträumt kann ja auch sein oder ich habe es nur geträumt manchmal träume ich auch ist wohl war manchmal traue mich auch also wirklich sehr komisch muss ich sagen in der liga hier ärgert mich natürlich auch wieder einiges nämlich dass einige nicht angegriffen haben beziehungsweise dass wir auch eigentlich nur den rausschmeißen den nehmen denn sieht eigentlich grün aus sieht eigentlich grün aus und auch der nächste klank krieg sieht eigentlich gut aus nur haben in den klank kriegen also minimum einer nicht angriffen ich glaube wir hat noch kein klank dabei wo alle angegriffen haben mal wieder also auch das ist ist das auch ein déjà vu kommt bei uns bei den herausforderungen ja wenn doch jetzt schon mal öfter vor ist aber nicht schlimm wir sehen echt gut aus leute wir sind zweiter 182 sterne 187 hat der star clan 007 gegen den müssen wir am letzten spielt da noch ran wir haben aber wesentlich mehr prozente als wir und haben jetzt auch schon elf angriffe und wir haben fünf an elf sterne bei fünf angriffen ja wir hängen wieder ein bisschen nach weil jetzt auch hier obwohl ihr wissen hier gab es eine null nummer okay und hier oben der petzo das finde ich sehr witzig den angriff haben wir auch schon mal gesehen das stimmt nicht die angriffsformation ich finde es echt cool was er hier treibt denn die ballon drachen spam formation hier die funktioniert richtig richtig gut muss ich sagen ich hole mir das mal eben nach vorne dann kann ich das auch da so ein bisschen sehen und zwar lenkt er hier die defensive immer so ein bisschen mit den skelettsaubern ab das habe ich jetzt schon ich meine ich habe es zwar gesehen dass er immer skelettsauber dabei hat aber war mir nie im klaren was macht er da eigentlich mit ja was macht er da eigentlich mit und habe es jetzt aber gesehen dass er so die ein oder andere defensive damit ablenkt klar die scatter shots natürlich auch so ein bisschen denn die schießen die auf die drachen und eine coole sache finde ich drachen scheint mir ist ziemlich stark zu sein aber ich bin ja so ich mag es halt außer luft nicht so gerne also zumindest nicht die angriffe und auch da oben sieht man das wieder schön den single hier immer wieder abgelenkt mit ein zwei skelettsaubern und so muss er immer nachladen und hat erst mal überhaupt kein drachen im fokus das ist cool sollte man sich vielleicht mal ein bisschen merken dass man sowas natürlich auch mal nach spielen könnte auf solche bases hier die so ein bisschen so synchron sind sag ich jetzt mal das ist ja so eine eher synchrone base also wenn man so einen schnitt durch die hälfte dieser base machen würde ist rechts und links gleich bestückt also von den anzahl der verteidigung her und auch von dem aufbau der der verteidigung also kann ohne kanone bogenschützentüme bogenschützentüme etc was mir natürlich aufgefallen ist die kleinen pixel helden ja ich werde so niedlich die kleinen pixel barbaren es ist echt cool es ist echt gut die pixel barbaren beste truppe hier und aber schöne drei sterne hier wir gucken uns noch drei sterne angefangen denn wir haben auch glaube ich im rathaus 13 ein drei sterne oder ist das auch 14 er ist auch 14 der cassius ist auch 14 aber auch hier sehr kompakte base was hat er sich ausgedacht auch auch drachen auch luft ok nach ich bin da immer so ein bisschen ich will nicht sagen im zwiespalt aber ich kann halt zumindest im rathaus 13 und 14 bereich habe ich so habe ich damit schon ewig nicht mehr angegriffen ja wirklich nicht mehr schon ultra ewig nicht mehr obwohl die base die ich jetzt gleich machen werde eigentlich auch eine gute drachen base wäre es wäre auch eine gute drachen base aber ich will es denn doch mal anders probieren und ich muss mal schauen ich bin so ein bisschen so volle pulle auf hybrid im moment volle pulle bin ich auf hybrid und deswegen mache ich gleich auch ein hybrid angriff würde ich sagen dann hole ich mir das nochmal nach vorne das passt passt auch ganz gut von der zeit her und aber unter umständen hätte ich oder hätte ich die die base die ich jetzt gleich mache ich werde vorher zeigen ist auch die haben auch schon mal gesehen aber ich weiß auch nicht mehr wie ich die dann wie ich die dann überhaupt mal gemacht habe und deswegen nehme ich gleich wieder hybrid und nicht drachen vielleicht nehme ich doch dran ich weiß es noch nicht mal sehen aber ich denke mal ich nehme keine drachen ich kann mir drachen nicht so gut ich habe aber gut ich hätte guten plan betrachten ich habe man hat immer man hat immer irgendeinen guten plan im kopf und dann denkst du ja das mache ich dann kriegst du schießt also so wie ich und dann ich mache es doch nicht ich vertraue dann doch lieber dem was ich eigentlich immer spiel oder sehr sehr häufig spiele um hier sicher zwei sterne in der liga zu holen zumindest gegen ein rathaus gleichen ist so last but not least gegen den eines hier heißt er eines ja gegen den eines vom klaren gelieck gern ok also streng genommen könnte man dies hier mit den helden so ein bisschen weg machen und lässt hierüber dann tatsächlich eine ganze meute drachen fliegen allerdings auch ein feger der will sich drehen 360 grad feger wie gehabt und dann könnten die allerdings hier diese gesamten diese gesamte der vier hinten rausnehmen und man hätte dann nur noch hier diese defensive allerdings seht ihr hier auch die stehen auf boden 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 könnt ihr mir das sind die karten spielen ich glaube ich probiere das doch mal anders ich probiere das doch mit rachen ich probiere das doch mit drachen das könnte mir ein spielen vier bürgen das heißt vier bürgen vier wo wir gehen noch mal rein ich bin da jetzt bin ich durcheinander da könnte man natürlich auch einen schönen clean charge lalo spielen oder sowas indem man das alles schön weg macht hier und lässt dann hier hier rüber quasi richtig schön die die hunde raus letzte dogs out das ginge auch drachen könnte schon wieder ein bisschen problematisch werden wir gucken mal ich baue drachen ja ich baue doch drachen leute dann machen wir hier eben mal angriff ich baue doch dann drachen ist mir denn doch ein bisschen lieber da macht sich der da ist die base zum glück das ist doch jetzt habe ich hier noch nichts in der klaren wo nein ist okay machen wir ohne klaren wo machen wir ohne klaren wo mal sehen das wäre mein plan gewesen für diese base hier das ist ja cool die base im freundschaftskampf gefunden die die wir im klarkrieg machen müssen mal gucken ob der ob der kollege hier wie heißt das jetzt haben wir natürlich auch keine zauber ein ja 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 es ist das scheiße es ist echt doof jetzt haben auch keine zauber und müssen jetzt gleich 12 und den schon mal rein schicken hier so dass die so ein bisschen den king damit machen halte ich muss man mal über das spiel so ein mauerbrecher zack zwei mauerbrecher so der könig ist weg das schon mal nicht schlecht und mal sehen ob die queen jetzt rein geht mein kinken müsste eigentlich hier so ein bisschen ein bisschen was frei räumen der steht nach unten das passt so dann können wir hier ja kommt wir nehmen trotzdem die kaserne ist egal wir nehmen hier trotzdem die kaserne dass der pecker hier mit raus geht nicht kaputt gehen nicht kaputt gehen so und jetzt geht es hier los jetzt kommt er wird ja ich habe ja jetzt halt nichts in der kaserne was soll ich machen leute ich würde ich sagen und ihnen auch mit rein hat er denn auch alle auf single nein ja zwei im bau okay das so doof er hat auch noch zwei im bau also ich will schon was ich meine mit im bau zwei inferno türme mit im bau naja egal wir brauchen die sterne das heißt man kann die doch kann die doch mit hybrid machen jetzt hatten da hatte er aber keine klaren buch das ist jetzt war nur das design das gleiche ok hätten wir drei sterben naja egal ich baue jetzt gleich meine truppen also ich brauche ich nehme gleich trotzdem drachen ist mir egal auch wenn ich die jetzt gepackt habe wir bauen mal eine drachen armee 1 2 3 4 5 6 8 19 11 1 2 3 4 5 6 7 einmal noch so ein und vielleicht so ein dabei aber können wir immer noch was machen ein obwohl wenn es eng werden könnte immer lieber zwei und da ein wir nehmen ein paar zauber mit gar keine frage wo sind wir mit ja 1 2 3 4 5 6 so machen wir das mal 1 2 ein frost und wir nehmen doch selber dann mit einen noch einen gut würde ich sagen ja noch ein gut noch ein gut und als dingen hier würde ich sagen nehmen wir mal einen ballon mit als dingen nehmen wir mal einen ballon mit obwohl ich natürlich auch das spät spielen könnte ja ist aber nicht so schlimm in dem ruhigen ballon mit und dann lassen wir mal bauen ich glaube es gibt ja mittlerweile oder es gibt ja hier ein schub für alle und den schieben wir auch hier die werkstatt drei jams ausgegeben meine helden sind ja noch on top also die brauche ich im moment nicht wussten oder sind jetzt auch gepostet ach doch die august für alles ich habe mich jetzt mit eingehen alles geboostet oder was verpasse deiner produktion von truppen helden zaubern und jetzt habe ich drei juwälen dafür ausgegeben egal mal einen kurzen cut und dann sehen wir uns zum live angriff wieder so erleben nach 35 mikrofon test geht es jetzt weiter ich weiß ich habe unheimliche probleme mit diesen dingen hier und ich habe jetzt noch mal zwei sachen bestellt mal sehen ob die ein bisschen abhilfe schaffen aber ich glaube mein interface selbst wenn das mikro draußen ist hat immer schon so ein kleines grundrauschen und das kriege ich irgendwo nicht weg und hier beim mikro macht sich das dann halt bemerkbar dass es immer dann so ein bisschen fiept oder rauscht wenn ich halt spreche das kotzt mich ziemlich stark an aber nichtsdestotrotz wir wollen ja angreifen wir wollen ja angreifen und ich habe eben ungefähr 40 kleine tests gemacht leute über zwei stunden oder so habe ich hier nochmal um getestet es wurde einfach nicht besser okay hier ran ich habe drachen fertig ja ich habe drachen fertig und wird wird ganz gern die drachen auch bespielen muss jetzt nur mal gerade gucken wie ich die am einfachsten setzte also machart ihr so rüber zu rauschen halte ich für nicht so glücklich wir gucken mal wir gucken mal was wir machen können wir schauen mal okay gucken ob das auch so ist wie ich mir das gedacht habe so wir gehen erstmal mit dem da rein und mit dem gehen wir so ein bisschen hier an alles ohne alles ohne irgendeine truppe zu setzen erst mal und kommen wir jetzt aber mit dem mit der queen so sieht das schon mal ganz gut aus den setzen wir mal nach so und mal sehen wie weit king und queen denn sowohl so kommen ich zünde mal den kinder habe ich ein paar mehr truppen im feld mal sehen ob da schon eine luftabwehr fällt aber im moment noch ganz gut aus und die luftabwehr fällt in jedem fall wunderbar dann können wir hier jetzt mit unseren drachen starten 12 und wir gehen mal von hier aus rein wir nehmen den mit und wir nehmen die mit alle und wir nehmen dem mit und immer mal wieder so ein bisschen zum ablenken hier immer mal wieder so ein bisschen zum ablenken jetzt mal hier mal ein bisschen ps zweimal ein bisschen mehr ps jawohl perfekt sehr schön das sieht noch ganz gut aus jetzt bringen wir die hier mal ein bisschen in wallung beziehungsweise nicht in wallung sondern jetzt haben wir ja eigentlich eigentlich haben wir jetzt ganz gut was geschafft hier müssen allerdings jetzt noch hier bis zum rathaus kommen mal sehen der royal champion ist auch noch am start worden ist noch am start der royal champion wird jetzt allerdings geschossen ich muss ihn zünden geht nicht anders leute die balance fliegen immer noch nach da oder mal sehen ob die drachen das alle noch packen aber ich meine auf was schießen denn eigentlich acht da hinten was schießt ach da sind noch die barbaren da sind noch die barbaren auf auf das schießen die gerade okay mal sehen immer noch drachen am start aber der scattershot fällt nicht okay das bleibt ein einsterner das bleibt leider einsternig hier ach sehr ärgerlich der andere plan wäre glaube ich vielleicht doch besser gewesen das sind jetzt echt wichtige sterne die uns da fehlen und meine meute hier wird sicherlich dazu etwas sagen kann ich mir vorstellen also nach dem motto toto macht doch keine drachen du kannst es doch nicht ja ich kann so wie ich kann so wie ich nicht naja und ein sterner ist auch schon wieder so ein deja vu von mir ich habe nichts gesagt ich über ich habe nichts gesagt ich über einfach mal und ja wie gesagt entschuldigt bitte die kleinen ton probleme die ich im moment habe ich schmeiße das ganze jetzt erstmal in den mixer hätte ich fast gesagt in schneidewerkzeug und dann seht ihr heute noch eine folge also ich bedanke mich in jedem fall trotzdem fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß dran dass wir ein wenig live gemacht haben und dass wir ein bisschen aus der liga gezeigt haben und das ist wohl doch so was gibt wie ein deja vu also bis dahin danke fürs zuschauen euer toto plasht wir spielen das wissen wir müsst ihr 4-3-3-7-3-7-7-1-2-2-3-4-5-2-4-3-3-4-4-3-4-4-3-4-3-4-5-5-4-3-4-5-5-4-4-4-4-3-5-4-4-4-4-5-5-4-5-4-5-7-4-4-4-5-5-5-4-4-5-4-4-5-5-4-5-5-4-6-5-7-8-4-0-5-5-4-5-5-5-6-5-5-5-6-5-5-0-5-5-5-5-6-5-6-5-6-5-5-5-6-6-5-6-5-6-0-5-